Ihr Lieben, ich werde mich jetzt wieder mal von euch verabschieden. Ich habe gerade eben Sport gemacht, wie ihr gesehen habt. Ich bin voll fertig und müde und es ist für mich schon viel Sport. Im Hintergrund liegt das in so einer Tasche. Der Moment, wenn Insta wieder geht und man seine Spange schon im Mund hat. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Ich wollte mich nochmal richtig von euch verabschieden. Ich sehe total fertig aus, aber wurscht. Also bis morgen. Ciao, ciao. So, jetzt nochmal ohne Spange. Sieht besser aus, weil ihr ein bisschen schon gruselig mit dieser blauen Spange. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Also bis morgen. Real Life. Ciao, ciao. Ihr Lieben, dieser Moment, wenn man eine Story macht und erst hinterher merkt, wie die Haare aussehen. Die sehen etwas arg verzaust aus, aber ihr wisst ja, ich meine, mehr Realität bei Instagram. Deswegen habe ich dieses Real Life geschrien. Also. Aber ich denke, das schätzen meine Follower an mir so, dass ich eben authentisch bin und genau das poste, was mir in den Sinn kommt und egal, wie ich aussehe. Egal, 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 egal. Ihr wisst Bescheid, ihr Lieben. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao. 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 Vielen Dank.